hallo ihr lieben wie versprochen in unserem wohlhaus magazin haben wir ja versprochen bis zum ersten november herbstwochen mit euch zu machen und zwar jeden tag ein oder zwei videos erste video was wir euch zeigen oder was ich mit euch machen möchte sind gefüllte pilze pilze das herzthema über pilze kürbisse astern heide hopfen so viel und wir ich möchte gerne mit euch mit gefüllte pilze anfangen schriftlich ist unten in der infobox schreibe ich alles vor euch auf aber an dieser stelle freuen wir uns auch auf den daumen hoch auf ein abo von euch und natürlich wenn ihr immer benachrichtigt werden wollt gerne die glocke die ist da auch irgendwo die richtige youtuber die sagen immer darum da da unten oder da ich weiß es nie also irgendwo unten in der infobox ist eine glocke und da könnte klingeling machen und bekommt ihr bescheid gesagt wenn wir was neues machen thema pilze große pilze ich habe sechs stück schon für euch vorbereitet ich habe sie hier so lecker lecker die kommen im backofen für circa zehn minuten bis eine viele stunde je nach der also ich mache sie immer auf 200 also dass es schön braun wird aber ihr könnt auch super in den airfryer machen das mache ich auch ganz ganz oft aber was ihr habt entweder backofen oder airfryer wichtig ist die sind so saftig und die mag ich wirklich auch als vorspeise super super gerne was ihr dafür braucht ich habe sechs stück gemacht und die menge mengenangaben sind auch tatsächlich für sechs gefüllte pilze wichtig ist ihr braucht nur ein bisschen abzuwaschen die mitte raus und ich liebe pilze ich liebe pilze in jede form also tatsächlich ob es roh sind die esse ich gerne roh ich esse gerne als pilzsuppe gefüllt sowieso schön über den schnitzel gebracht mit zwiebeln sind frisch ist auch super super lecker also manche sagen ihr könnt so essen ich schäle meine auch tatsächlich gerne ich schäle einfach die haut ab ich zeige es euch es packt man recht gut an normalerweise ich bin pingelig das ist das was man als kind auch tatsächlich mitbekommen hat meine großmutter die pilze immer geschält wie oft ich mit meine großeltern tatsächlich pilze suchen war in ihr guter days kann ich gar nicht sagen also wir haben viele pilze pilze gesucht aber mein großvater wusste auch immer die gute stellen also das ist ist tatsächlich so also ein pilz sechs stück ausbrechen den stiel abbrechen schielen oder wirklich nur ganz vorsichtig abbürsten so wie ihr das gewohnt seid was ihr dafür braucht ist noch ein schüssel und zu meinen schüssel habt ihr auch noch so erinnerungs kindheitserinnerungen was die großeltern benutzt haben also meine großmutter hat immer so ein hat sie kuchen drin angerührt da hat sie frikadelle drin gemacht die hatte sind auch in drei vier verschiedene größen und es war auch tatsächlich tatsächlich england das ist mason craft die haben sie neu 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 aufleben lassen und die haben sie in richtig zart rosa und die schönste pastelligen farben aber ich habe sie mir tatsächlich in original farbe gekauft weil das erinnert mich tatsächlich an meine kindheit und das ist macht mir schön wolligen gefühl im bauch weiß ich auch nicht seid ihr auch so gerne in die kommentare schreiben habt ihr auch sachen was eure großeltern großeltern eltern immer benutzt haben ich kann euch nicht sagen ich weiß nicht wie oft ich so ein schüssel auswecken durfte und wenn der kuchen kuchen drin war auf jeden fall eine schüssel was ihr dazu noch braucht ist sechs esslöffel crème fraîche oder schmal eigentlich ist es so könnt ihr nehmen was ihr wollt alles sowas crème fraîche ich habe dafür genommen crème fraîche schmalte frischkäse und zwar jeweils sechs löffel hier im pot rein salz pfeffer muskatnuss das müsst ihr selbst abschmecken also bei der menge habe ich ein viertel teelöffel salz ein pfeffer muskatnuss auch nur zweimal rein so das müsst ihr wirklich je nachdem wie es euch schmeckt das kann man nicht sagen in gramm oder halben gramm und frische gartenkräuter wer keine frische hat weil ich war diesmal auch voll ich habe tatsächlich alles draußen aber um die schnelligkeit her ich bin schrecklich oder ich habe so schöne frische gartenkräuter habe ich mir gefrorene genommen das könnt ihr ruhig ein bisschen mehr nehmen also da könnt ihr ruhig drei esslöffel so richtig und was ihr noch braucht ganz fein geschnitten 1 zwiebel diese größe ganz ganz wirklich ganz 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 fein geschnitten oder gerieben ist auch gut aber gerieben kann auch manchmal bitter werden ich habe sie ganz 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 fein geschnitten und das ist im grunde genommen alles und natürlich geriebene käse also bei den geriebenen käse habt ihr eine große auswahl manche nehmen parmesan manche nehmen emmentaler und manche nehmen mozzarella was gut ist ist tatsächlich ein gemisch daraus ich habe jetzt mozarella genommen und wisst ihr mozarella ist manchmal also kann man gar nicht rein was ihr machen könnt mozarella für einmal anfrieren also das muss nicht ganz durchgefroren sein aber einmal anfrieren das lässt sich dann super reiben und genauso mit den emmentaler habe ich auch lasse ich auch einmal einfrieren weil es lässt sich einfach netter reiben besser rein wenn es einmal angefroren ist gefroren ist parmesan ein hauch dazu da müsst ihr selbst auch selbst auch sehen für sechs stück habe ich eine halbe mozarella genommen ich sag mal so ein stück emmentaler und wirklich parmesan nur riche 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 viermal ungefähr und das mische ich dann dann macht macht ihr die diese jump wie ich es nenne macht ihr einfach in die pilze rein richtig könnt ruhig bisschen höher weil es schmilzt in sich zusammen dann obendrauf käse mischung ich komme ein bisschen mehr so ich komme ein bisschen mehr sie ist die katze freut sich also ich habe schon relativ große großen pilz genommen die masse ich gehe ein bisschen weiter weg mein kopf ist abgeschnitten sie kann du bist du bist der held im kartoffelwelt diese jumper also diese mischung richtig rein pressen obendrauf euer käse bisschen butter ist auch wirklich nur ein hauch von butter und ich liebe petersilie das war was ich frisch hatte und dann ungefähr für eine viertel stunde im backofen 180 200 grad ist dann noch ein bisschen bis fest vor allen dingen könnt ihr super mit ein bisschen weißbrot kürbisbrot zum beispiel das kommt auch diese woche vielleicht macht das zusammen aber diese gefüllte pilze könnt ihr durch als vorspeise oder auch wenn ihr tatsächlich vier stück ist ich esse selbst ich bin ja ein kleiner vielfraß einfach ein bisschen kochschinken dazu oder ohne kartoffeln ohne irgendwas kürbisbrot ist auch sehr gesund ihr wisst ja ich muss ja ich habe ja ein bisschen abgenommen schon aber ich muss viel viel mehr ich esse so gerne brot ist ja auch gerne brot gerne in die kommentare was verbot habt ihr tollen rezepte auch gerne in die kommentare sagt mir ob es gelungen ist wie gesagt ich schreibe es unten ist es aufgeschrieben für euch in unseren infobox gerne könnt ihr auch bei wohl haustricken häkeln und mehr gesagt jetzt wieso was hat das mit stricken und häkeln zu tun es heißt mehr wohl haustricken häkeln und mehr und dieses thema ist jetzt und mehr wenn ihr fotos macht oder das nachbraten gekocht hat gerne bei wohl haustricken häkeln und mehr auch ein paar fotos und wir freuen uns wirklich auf eurem feedback und natürlich auch hier auch kommentieren ja ich würde sie gerne euch zeigen wie sie fertig sind vielleicht in den nächsten video in teil zwei mache ich vorab bild von meine fertige gefüllte pilze lasst sie euch schmecken ich hoffe ihr kommt klar mit wie wir es jetzt gemacht haben das ist ja nicht so wie sie eine kochserie dass ich schneide und ich denke wir sind alle kochs genug dass wenn wir sagen sechs löffel davon sechs löffel davon sechs löffel davon salz und pfeffer nach eurem geschmack das ist einfach nur ein kleines wir sind für euch da video habt ihr schön heute lasst es euch schmecken und bis morgen jetzt muss ich es ausmachen ohne dass man sieht dass ich hier oh mein gott ihr müsst doch denken ich bin bekloppt bin ich auch irgendwie ein bisschen bisschen bin ich hab's schön heute tschüss